Oh Gott, jetzt muss ich hier einen schönen gezielten Sprung machen und hier einmal ab in die Lüfte. Ja, lüfte mal. Ja, ich lüfte mal. So, hier nicht runterfallen, danke, danke, danke. Trotz blöder Kameraführung. Okay, und dann, ja, wie komme ich eigentlich jetzt wirklich zu dem... So, tschüss, Herr Hase, ist auch weg. Tschüüüüü. So. Und höppah. Einmal nach oben. Aber ich will nicht weg. Den Spruch gab es ja auch noch. Oh, hier sind noch Münzen gewesen. So, jetzt muss ich mal schauen. Ist das da unten? Wenn ich das jetzt nämlich verhaue, dann bin ich wieder... muss ich wieder hoch. Oder noch Schlimmeres. Nein! Oh, ich hasse es. Okay. Auf ein neues. Und so. Ich kriege die 100 Münzen heute auch nicht mehr, oder? Hey, bist du jetzt auch weg? Ne, was? Gut, du bist noch da. Sind ja nur noch 6, ja, aber... die auch erstmal zu haben. Oh, Moment. Wenn ich eine Münze noch irgendwo herkriegen würde, das wäre ja top. Ah, ich weiß wo. Aber dann muss ich... jetzt gut sein. Bin ich doch nicht. Moment, also... Einmal... Dann muss ich nämlich nicht in die Höhle, sondern nur bis kurz vor die Höhle. Du hättest einen Dreifachsprung machen können. Einen Dreifachsprung, ja. Moment, das war... So. So. So, und? Geht doch. So. Punkt Nummer 1 klappte. Jetzt brauche ich nur noch 2 Münzen und die kriege ich auch. Die nimmt mir keiner. Ist hier oben noch was, wo ich Münzen kriege. Ne, das ist bestimmt der Stern. Es ist der Stern. Gut. Hätte ich den jetzt versehentlich eingesammelt, wäre es schlecht. Sehr, sehr schlecht. Okay, hier ist auch nichts. Langsam, langsam, langsam. Ja, bloß nicht jetzt zu viel Quatsch machen. Weniger ist auch mehr. Genau. Jetzt ist hier weniger mehr. Okay, da muss ich runter. Also versuche ich, mit einem gezielten Sprung und einer Stampfattacke und mit diesem Goomba bitte den Stern zu kriegen. Tada. Alter. Endlich. Okay, ja. Na, aber wir hätten noch 15 Minuten. Drei Sterne? Hm. Hm. Ja. Drei Sterne. Kriegen wir noch hin. Ja, was soll's. Ja. Ich meine, mir ist das eigentlich auch schon alles zu spät, aber... Das kriegen wir hin. Ist doch alles wurscht, würde Marc jetzt sagen. Hm, wurscht. Und wir warten nicht. Jetzt hab ich Hunger. Okay, was haben wir hier für ein Level? Ah, jetzt haben wir hier dieses. Schwupp. Schwupp. Kusskopf Schneemann. Ach, dann müssen wir da hoch. Hm, 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 hm. Pra, la, 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 la. Hey! Ist das gemein. Oh, hier gab's doch ein tolles Rätsel mit einem... Iglo. Mit einem Eisblock. Und das hieß... Im Rätseltext hieß das Iglo immer. Ah. Moment, ist das ein Yoshi... Ding? Oder... Ja, es ist ein Yoshi-Ding. Ah. Ist das gemein, dass die das geändert haben? Das war cooler irgendwie. Im... Das war voll cool in... In... In dem anderen... Voll kühl. Ja, voll kühl war das in dem anderen... Äh... In dem N64-Teil. Kleine Hündchen. Ja. Boah. Was war da nochmal? Oh, oh. Oh, 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 oh. Speedruns machen, wenn du das Spiel durch hast. Oh, Gott. Oh, oh. Na, komm. Na. Oh, nöö. Weg mit dir. So, damit haben wir schon einen Stern. Ich wusste doch, da war was. Ist doch viel schöner. Speedruns. Von dem Spiel sicher nicht. Also von dem 64-Spiel vielleicht noch eher als von dem hier. So. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Sterne. Zwei Stück. Zwei Stück. Okay, dann wollen wir uns mal auf den Schneemann begeben, wenn ich noch wüsste wie. Nach Latent Speedruns. Latent Speedruns, natürlich. Na, wenn es danach geht, dann muss man ja nur die Mindesträtsel zahlen. Machst du sowieso schon mit den kürzesten Zügen und sowas, wenn du was gehst. Ja, ich versuch doch sowas schon. Aber das ist ja nicht Speedrun, das ist ja immer noch viel nachdenken. Ja, das ist ja effizienteste Lösung. Das höchstens ja. So, hopp. Jetzt hier hin. Ja, Frau Flippi muss auch weg. Morgen zur selbe Zeit, fragst du. Äh, nein. Nein. Um Gottes Willen. Ich hab auch noch ein Leben. Was? Was? Ich denke eher wieder gegen Wochenende oder vielleicht unter der Woche zufällig mal, wenn man, weiß ich nicht, wenn doch mal Zeit sein sollte, aber ich glaube eher nicht. Nein, ich, ich glaube eher nicht. Frag doch einfach nochmal. Oh, oh. Mark hat auch keine Zeit, denn er ist ein Wochenmarkt. Er ist ein Wochenmarkt. Oh, das Ding kenne ich noch. Das kenne ich noch. Ich muss jetzt hier auf den warten, glaube ich. Hey, wer ist da? Wer klettert da an mir hoch? Ein Eisfloh? Eine Schneefliege? Wer du auch bist? Du nervst. Dann werde ich dich wohl wegpusten müssen. Ah, toll. Jetzt hat er ganz, da hat die ganze Zeit dieser blöde Schneemann da schon mit mir geredet. Und jetzt komme ich nicht mehr auf den Pinguin. Ich werde rechtzeitig Bescheid geben, wenn es soweit ist, ne? Wann der nächste Stream ist. Nicht über Twitter, nicht über Facebook, nicht über Snapchat, nicht über Instagram. Nein, nur über YouTube. Oh, nö. Ich komme irgendwie nicht drauf auf den Pinguin. Als Sound könnt ihr CodeMyrus in meiner Hose hernehmen. Aha. Ja, kenne ich jetzt nicht. Kenne ich auch nicht. Na, okay. Ich will die Mütze gar nicht. Ich will einen Stern. Das sagt mir aber jetzt gerade auch nichts. Nö. Ist das aus diesem Harry Potter Syncruß? Bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch aus was anderen. Also ich kenne auf jeden Fall Bambus. Ja, das kann ich auch noch. Bambus. 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 Wieder zurück zu dem Schneemannkopf. Der mich da voll runter geblasen hat. Pustekuchen. Ja. Ich will da hoch. Äh. Oder so. Oder muss ich? Ah. So funktioniert das. Ich soll gar nicht drauf auf den Schneemann. Ich soll nur vorbei rennen, wenn der Schneemann da gerade richtig steht. Und wenn ihr alle richtig steht. Was seht ihr, wenn das... Wenn es euch nicht runter weht. So. Komm. Ach man. Du musst neben dem Pinguin herlaufen. Ja, so einfach. Oh. Mann, 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 Mann. Jetzt aber. Tschüss, Herr Kuchen. Tschüss, Kuchen. Nein. Geh nicht, Kuchen. Ach, der Kuchen ist eh nur eine Lüge. Oh, oh. Oh. Noch einmal entgegen... So, diesmal schaffe ich das. An dem Pinguin... An der Seite des Pinguins... ...zu laufen. Seit an seit. Seit an seit. Eiszeit an Eiszeit. Das wäre fast... ...gegangen. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich höre bei 79 auf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ah. Es tut so weh, so zu failen. Es liegt alles daran, dass es in Wirklichkeit ein DS-Spiel ist, was ich hier spiele und nicht das N64. Wo man einen vernünftigen Analog-Stick hat. Und nicht Pfeiltasten für die Bewegung hier. Ach, der Kuchen ist eine Dame und keine Lüge. Ah. Ein Frau-Kuchen. Ein Mutter-Kuchen. Oh. Entschuldigung. Eine Küchen. Eine Küchen. Eine Küchen. Ein Küchen. Nein. Das ist... Das ist eine kleine Kuh. Hm. Hm. Wieso... Wieso wehrt er mich auf einmal da weg? Das ist ja gemein. Ah. Ich schaff das schon. Das muss doch irgendwie gehen. Jetzt mal ernsthaft. Wuhu. Ah, nö. Ach, komm. Es klappt doch. Ja. Darf ich übrigens mal sagen, dass ich mit den Nerven am Ende bin? Ich meine, man merkt's. Ja. Oh wei. Oh wei, oh wei. Ich trau mich nicht. Es wird eh wieder in die Hose gehen. Ah. So. Oder wie? Ach, Gott. Ich muss den ganzen Weg mit. Ah. Komm schon. Nein, nun weiß ich ja wenigstens wie. Okay. Okay. Der nächste Try wird's. Fünf Tris später. Ey, komm. Das ist immer der einfachste Sterne. Ah, wirklich? Ist das so? Ich denke schon. Oh wei. Ich finde aber auch, das ist einer der einfachsten Sterne, wenn man erstmal den richtigen Weg geht. Nämlich den Seite an Seite mit diesem Pinguin. So, jetzt. Jetzt. Ja. Ja. Jetzt aber. Ja. Ja, es ist einer der einfachsten Sterne. Das gibt's ja gar nicht. So. Bitteschön. Achtzig Sterne. Nämlich. Oh Gott. Ach, beim Acht dachte ich, die Sterne ist mal wie Jamie sprechen. Stimmt. Okay. Moment. Ich krieg das noch hin, innerhalb der nächsten zwei, drei Minuten einen Stern zu bekommen. Ach, Moment. Dann muss ich ja rausfinden, wo da Feuer ist in dem Level. Oder was? Hm. Hm. Nein, das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Besser ist, oder für die nächste Aufnahme. Aber erstmal hole ich mir meinen Hut wieder. Äh, und dich will ich schlagen, du Tod. Totschlagen. Ja, sie sind angeklagt wegen Totschlags. Mord und Totschlag. Ja. So. Dann würde ich sagen... Zugeklappt, eingepackt. Richtig. Ich kann da nichts zu klappen. Ich kann nichts zu ausmachen. Na gut, nein, ich verabschiede mich von allen, die wieder zugeguckt haben und die es tatsächlich ertragen haben, wie ich die ganze Zeit hier gefailt habe. Wahnsinn. Okay, ja, und wie gesagt, wenn mal wieder ein Stream ist, dann kündige ich das an. Einverstanden. Jo. Also dann, bye bye. Tschüss. Alle miteinander. Auch die Zuschauer, die nicht im Stream waren. Voll騙s. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020